Hallige Freunde und Willkommen zurück zu Let's Play GTA 5 und wir wollten uns jetzt mit Michael auf den Weg machen zur nächsten Mission. Wo ist Michael denn das? Dingster? Strand? Was? Worum geht's? Dann kann ich dir sagen, ob du's doch machst oder nicht. Ach, der Psychiater. Bis wir schon kommen gehen können, verbringen die den Rest des Ruhestands am besten mit der Familie. Die werden aber nix mit mir machen wollen. Jaaa... Tschüssi Martin. Ha! Ich hab mich richtig verhalten. Ha! Ist ja hier auch der... Boah! Mann! Ich fahre ja auch nicht besser als ich. Entschuldigung! Tut mir leid! Ich bin genauso scheiße wie ich. Jaaa... Standbild. Sorry, wenn's auch bei euch leckt. Ich habe keine Ahnung woran das liegt. Ich bin zuhause. Ich bin zuhause. Und es ist Tag. Die Sonne dreht sich. Um sich selbst. Oh, ich bin zuhause. ja gar nicht fernsehen oh Ja, großartig. Danke für die Gelegenheit, Dad. Das bedeutet viel. Warte. Ich versuche nur, dich zu helfen. Ja, nichts sagt, dass ich dich liebe, als ich meine TV schraubere. Nichts. Boah, ey. Hör auf zu heulen. Ich bin sorry. Ich wünsche nur, dass wir alles zusammenfassen können. Ja, was Dinge? Ich weiß nicht. Nein, ich weiß nicht. Gelegen, spielen. Ich weiß, dass ich schlechte Schmerzen habe. Ja, dann geht's. Gelegenheit. 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 Okay, Dad. Ich habe nur eine Sache, dass ich dir zeigen. Wenigstens macht er jetzt mal was, was herumzusetzen, der Fettsack. Such dir mal einen Job und schmeiße dich weit raus. was. after that boat starting. If I'm hanging with you, I'm listening to my music. Oh, hella yeah. What's the big deal? If anything goes wrong, you can just fake your death and start all over. Jimmy. How am I meant to develop my own moral sensibilities, when yours are so unbelievably fuckbased? Was? A Crook, a Killer, a Thief, a Liar? I guess I've been all those things one time or another, right? It's just... What? I always thought I was the good guy. God help the morally bankrupt planet your generation have left us. If you're the good guy. Okay Michael, du hast Probleme. I always knew you were the kind of person who didn't let other people get in the way. Ist total gut, wenn du ne Bank aus robst. Yeah, well, that's me, Jim. And I've been trying my best to get things under control for the last 10 years. But that was an extreme fucking situation. And I had to act. A normal person wouldn't have done that. Yeah, well... I had to... Look out! I had to... To protect you. Yeah, keep telling yourself that. And you see their faces every time you close your eyes. Ich seh die nicht vor mir. Here we are, the bike rental place. Please don't shoot the bike rental guy out of like force of habit. Ja, ja. The little base, wenn der einen scheiß Preis macht, dann trotzdem. Oh, ich nehm das hier. I'll take this one. Den Helm hätte sie weggrafen können. You're buying me a new TV. Ich lass den extra gewinnen. Ich will, dass er einen neuen Fernseher bekommt. Alright, but if I beat you, you're gonna behave like a human being. Give it up, Dad. You've got to see. In this kind of condition, a triathlon would kill you. You ain't gonna slingshot me. You do realize I'm just letting you wear yourself out, right? Hey, get out of my slipstream. I don't give you the guy who's gonna wipe down your bicycle seat, Jim. Man, ich will, ich will ihn gewinnen lassen. Hey, hey, get out of the air pocket. Careful, Jim. Don't give yourself a hernia. I'm gonna gas in your face. I gotta video this and send it to your mom. Ich drück nicht richtig auf die Tube. Hier, bitte. Ich drück mal auf die Tube. Hier, bitte. Ich drück mal auf die Tube. Hier, Pop. Hey, we didn't discuss how big that TV would be, did we? How's 20 inches sound? 20 Zoll? Was? I'm being hypnotized by your wings flapping. I can't wait to show you something. Yeah, we'll see if you sass me when I'm in front. Deswegen gehe ich schon wieder vorne. Nur so, du kannst den Gang hochschalten. Ich fährst von alleine, wenn ich auf, äh, Schiff drücke. Nee, Caps Lock ist das. Genau, Caps Lock. Nein, ich bin der Windschatten. Wie machen wir eine Fahrradtour? Wie fett er. Was? Das ist es. Nummer 1, pal. Du, ich habe eine TV. Hey, ich habe nie das Wort. Das ist echt schön, Papa. Bedeutung, gute Zeiten. Ja, ich gebe es meine beste Schmerzen. Hey, wir haben Spaß, oder? Du wirst nicht Spaß machen, wenn es auf deinem Gesicht gesessen ist. Ah, komm. Was? 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 Ja, natürlich. An der Stimme erkennt man schon... Ja, das meinte er uns. den bringe ich um nicht meine Tochter nicht meine Tochter nicht in einer Million Jahren ich habe auch eine Yacht in GTA Online viel schöner aus hat einen schöneren Namen so Kumpel das ist 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 okay jetzt machen wir eine verfallung die schießen das ist 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 das ist